Bunt schillernde Fontänen tanzen im Einklang mit bekannten Melodien Hallo, ich bin Jonathan Wolters, ich bin Lichtspieler bei den Wasserlichtspielen im Parkplan in Blum und meine Aufgabe ist es dort immer abends bei den Vorstellungen das Licht an und aus zu machen. Und das ist jetzt nicht so einfach wie zu Hause, dann machen wir mal Licht an und aus mit dem Lichtschalter. Hier gibt es einen, aber bei der Wasserlichtorgel, da gibt es 200 ungefähr, vielleicht sogar mehr. Und die sind so auf Klaviertasten organisiert, man hat hier wie dieses Manual, hat man zwei übereinander. Die weißen Tasten machen Licht an und die schwarzen machen die Lichter aus. Und meine Aufgabe ist es, jetzt zu der Musik, die läuft an den richtigen Stellen, immer die Lichter an und aus zu machen. Und welche Lichter das sind, das steht in so einer Partitur, eine Art Notation. Und da stehen Zahlen, denn die Tasten sind nummeriert, die Lichttasten. Und nach diesen Zahlen mache ich dann immer Lichter an, viele gleichzeitig, die und die und Lichter aus. Und meine persönliche Herausforderung dabei ist es, das besonders gut zu machen. Denn ganz oft sind an bestimmten Stellen ganz viele Lichter anzumachen und auszumachen. Und das jetzt mit zehn Fingern hinzukriegen, das ist die Herausforderung. Und deshalb überlegt man sich vorher, wenn man das übt, Griffe, mit denen man möglichst viele Tasten gleichzeitig abdecken kann, um das möglich zu machen. Genau. Und die zweite Herausforderung ist, das genau den richtigen Stellen zu machen. Denn in modernerer Musik, die hat ja auch einen ganz klaren Takt, da ist es dann ganz einfach, genau die richtige Stelle zu finden. Zack, da geht das Licht an. Aber gerade bei klassischer Musik und bei den Wasserlichtorgelprogrammen, da ist viel klassische Musik dabei. Da gibt es oft so ganz ruhige oder elegische Melodieverläufe, wo es manchmal gar nicht so einfach ist zu erkennen, an welcher Stelle jetzt genau das Licht angeht. Da hat man manchmal so einen kleinen Deutungsspielraum von ein bis zwei Sekunden, wo man das Licht anmachen kann. Und da muss man sich dann gut mit den Wasserspielern verstehen und auch über Augen kommunizieren. So, jetzt. Jetzt machen wir das gleichzeitig. Sie schiebt, er oder sie schiebt die Fontäne hoch und ich mache das Licht an oder aus in dem Moment. Und das besonders gut zu machen, das ist die Herausforderung. Mir gefällt ganz besonders an meiner Arbeit, dass ich für einen Großstadtmenschen verhältnismäßig häufig in der Natur sein kann. Dadurch, dass mein Arbeitsplatz in diesem schönen Park liegt und ich auf meinem Weg dorthin durch duftende Blumen wandere. Und wenn ich dann in dem kleinen Übelraum sitze, wo man die Lichter übt, dann sitze ich da und höre schöne Musik und vorm Fenster schwimmen kleine Entenfamilien vorbei. Und auf dem Rückweg schiebe ich mein Fahrrad wieder durch den duftenden Blumengarten. Dieser Naturaspekt gefällt mir besonders an meiner Arbeit. Ja, ich habe seit meiner Jugend Klavier gespielt, immer schon. Und dass ich das kann, mit meinen Händen Griffe greifen, das kommt mir sehr zugute bei der Arbeit als Lichtspieler. Weil die Lichter da auch über eine Klaviertastatur, eine Art Klaviertastatur gesteuert werden. Und dieses visuelle Gedächtnis für Griffe, was Pianisten haben, was sie sich hart antrainiert haben in langen Jahren des harten Übens, das kommt mir da sehr zugute. Dadurch kann ich mir sehr komplexe Licht-An-Aus-Folgen einprägen und dann auch mit einem gewissen Tempo, das durch die Musik vorgegeben wird, spielen. Genau. Und deshalb werden für die Position am Licht sehr gerne Pianisten eingestellt. Und das war damals ein großes Glück für mich. Ich bin 2015 zur Wasserlichtorgel gekommen. Da hat mich ein Freund, der da Lichtspieler ist, immer noch gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Nebenjob im Sommer. Und der wäre ganz toll. Und dann habe ich mich erkundigt und war direkt ganz verzückt. Und seitdem bin ich dabei. Und ich als Nicht-Hamburger kannte die Lichtspiele gar nicht. Ich habe mich dann erkundigt und mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, wenn ich Leuten davon erzählte, dass ich jetzt einen neuen Job habe bei der Wasserlichtorgel, was das für einen riesigen Stellenwert hat. Gerade für Ur-Hamburger, die da seit Jahrzehnten immer im Sommer hingehen mit ihrer Familie. Und wie viel Liebe einem entgegenkommt, wenn man davon berichtet, dass man jetzt ein Teil davon ist. Mein schönstes Wasserlichtorgel-Erlebnis, das hatte ich an einem Sonntag. Das weiß ich noch. Der Himmel war sehr, es hat den ganzen Tag gewittert. Und abends auch noch, es hingen so dunkle Wolken und die Luft war ganz feucht. Und da weiß man schon als Lichtspieler, bei solchen Wetterbedingungen, da sehen die Farben immer bombastisch aus. Und dann komme ich von einem Klavierjob direkt zu den Wasserlichtspielen geradelt. Und als ich da ankomme, da sehe ich, da steht ein Krankentransporter direkt vor dem kleinen Gebäude, wo wir immer drin spielen, mit einem Leipziger Autokennzeichen. Und ich und die Wasserspielerin, wir erkunden uns, ja, wer sind sie denn? Und dann wird uns erzählt, ja, wir sind von einem Hospiz in Leipzig. Und der Wunsch dieses Mannes ist es, noch einmal ein allerletztes Mal bei den Wasserlichtspielen in Hamburg in Planten und Blumen dabei zu sein und zu sehen. Und das hat uns ganz schön mitgenommen. Aber es war einfach ein wunderschönes Erlebnis, dann diese Vorstellung für diesen Menschen zu spielen, für diesen besonderen Wunsch hatte. Und wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, wie immer, aber an diesem Abend, mit dieser Wetterkulisse, und dann diesem besonderen Ereignis, das für diesen Menschen zu machen. Dieses Erlebnis ist mir sehr im Kopf geblieben. Und das ist mein bisheriges Highlight. Ja, von den Wasserlichtspielen.